Hallo, ich bin Bernd von Wasserspatz.de und ich begrüße dich zu einem neuen Film. Heute bin ich mit Sascha und David im Bikepark in der Nähe von Buntental unterwegs. Sascha hat mir dazu sein E-Bike geliehen. Und da es ansonsten nicht viel zu erzählen gibt, werde ich heute einige Invasionen des Tages zeigen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Bernd des Gäste.de und diese Fröhre aus demnachroben Strafum. Nichts, Versen auf demnachroben Strafum muss ich schon mal geworfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020